Was habe ich für'n Hut? Einen schönen Hut, eine neue Folge Hut hast du. Hut Showdown glaube ich. Hut Showdown? Ja, zum Hut Event mit Lutz und Moon. Hallo. Ich bin der Hut. Hallo. Hallo. So, jetzt wollen wir mal hier anfangen hier ein paar Punkte zusammen zu formen. Okay, du hast... Oh, warte mal, ich wollte mal ausreden. Hallo. So. Hä? Ach, ich muss noch mal gleich in die Einstellung dann rein. Irgendwie? Danklieblich kann man dafür eine extra Taste belegen, die habe ich aber dann irgendwie nicht. Für was? Welche Taste? Äh, für den Knuckle Knife. Für was? Wie du zuschlagen willst, mit dem Knuckle Knife. Das machst du mit V. Ja, aber mit V ist das dasselbe. Wenn ich V gedrückt halte, macht er das dasselbe, als wenn ich linksklick mache. Also ich kann, das ist die selber Attacke. Ob ich da drücke oder da drücke, macht einen Unterschied. V gedrückt halten, macht einen starken und äh... Ja, aber das ist doch gleiche wie mit linksklick. Kann ich links nicht auch gedrückt halten? Hat er immer gesagt, dass es toller ist? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, ich kann dann extra belegen, dass dann, dass er automatisch die starke Attacke macht und nicht. Wovor träumst du nachts, Kollege? Sorry. Hier dahinter ist es. Ich geh mal kurz nach oben, ich hol mal die Heils... So, schau ein bisschen nach, äh, wie heißt das hier? Nach den Punkten. Oh, bei mir ist so'n Ding. Wie wer sieht immer so viel? Alter, hier oben sind die Punkte. Warte, 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 warte! Au! Wie komm ich da hin zu euch? Wenn das so'n Ding ist, dann sind das, äh, es gibt's die Punkte oder fürs Team sicherlich. Ja, ja. Ja, aber ich möchte dir auch Co. angucken. Kann's mit Elon. Uh! Warte. Boah, wie geil! Ich muss jetzt mal einen Screenshot davon machen. Das sieht so geil aus, Lutz, guck mal nach oben und mach mal E. Ich guck einfach mal auf deinen Bildschirm hier, was damit? Oder so. Boah, sexy. Oh, ach so, du wolltest doch noch sehen. Hab schon, ich hab mir doch hier auf den Bildschirm angeguckt. Ja, deswegen, du hast doch einen Bildschirm gesehen, deswegen hab ich jetzt nicht gesagt. Sieht mega cool aus. Ja. Zu mir sagt sie, wir übersehen immer alles und selber rennt sie an zwei Geldsäcken vorbei. Hallo? Bin ich? Au! Oh, wer hat mir mal die Heizkirchen geknickt? Wo hängst du denn hier schon wieder? Warte, ich mach den, ich mach's. Mann, ich bin echt tot. Ja, ich ist jetzt. Ja, ich auch. Wo ist die andere Heizkirchen? Ach. Warum? 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 Ich brenne! Warum? Oh Gott. Ich brenne! Warum? Ich brenne! Weil ich hab, ich hab außersehen den Typen mit einem Helm getroffen. Achso, okay. Jetzt muss ich mich aber erst mal heilen. Oh, hier würde ich auch nehmen. Oh, hier ist so ein Ding. Ich hab's kaputt gemacht. Hier. Was für ne Katze mit Blutpunkten? Weiß ich nicht, hab ich aufgehört. Hier ist übrigens Heilung. Ja. Wenn ich, wenn ich weiß, wie man da runterkommt. Cool. Einfach runterspringen. Ja, dann bräuch ich noch mehr Heilung. Aha. Da ist keine Treppe, die runterführt. Dächergut. Danke gewesen. Position, haben wir die auch brauchen? Guck mal, da baumelt einer. Wie sieht man ganz schön aus? Wo hast du die Heilung jetzt gefunden? Der hängt aber auch ekelhaft. Ja. Achso, danke. Haben wir irgendwo Ammunition? Äh, keine gesehen. Ne, ich auch noch nicht. Nur mittlere sehe ich hier. Schade. Äh, wenn wir nach Pork rüber? Brauchst du Special oder brauchst du normale? Normale. Also, okay. Brauchst du. Damit ich Ausschau halten kann. Hier ist, hier ist Muni. So. Immer nach Heritage. Oder Heritage. Oder wie das da ist. Zum Haarigenfeld. Oh nein. Okay, kriegst du ihn rein. Oh, hier vorne. Hä? Ja. Uh, warte. Uh. Boah. Cool. Cool. Zwölf Pünktchen haben wir also schon zusammen. Ey, kriegst die nicht kaputt, da können wir noch andere deaktivieren. Oh, da muss die ganze Zeit nur mit E rumrennen, okay, einer rennt die ganze Zeit mit E rum und die anderen rennen müssen. Ich guck die ganze Zeit eh mit E mal rum. Okay, ist nix. So cool. Ich bin ja so ein Fan von so kleinen, coolen Sachen, ne? Mhm. Hier schlechten Witz einfügen. Hä? Achso. Na. Das war Moon, die Raben? Ich weiß nicht. Ne, steht aber auch nicht. Wer steht denn da oben? Warte, meinst du ein Schweinchen? Ach, das stimmt, das ist ein Schweinchen. Moin. Gott, da rennt sie nur noch mit E rum. Ja, aber hier ist nichts Weißes. Guck auf schon. Wo ist denn jetzt hier der Hinweis? Darauf nämlich achten wir nämlich jetzt schon nicht mehr. Soll ich schon. Oho. 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 Hier ist noch eine Wanne, Muni. Halt doch keine Wanne. Nein. Mach's gut denn da. Was ist denn da? Ich mach das Nackernapp nicht mehr mit. Hallo. Aua. Jetzt zehn Meter ist echt nicht weit. Hier sind zweimal Nachschub. Hm. Boah, ich konnte nicht. Sooo. Dann zweimal. Ja. Hier vorne. Die sind drin, die Bude. Ja, die Dinger geben vier Punkte. Ja, die sind äh. Scrappy durfte direkt voraus sein in der Steel Mill. Ja, die schießen schon, ne? Nee. Die schießen auch. Oho. Oho. Die kommen nackern. Fishery? Ja. Oho. Da ist Party. Die sind in der Nähe. Ja. Nur weil wir noch nicht da sind. Sobald wir da sind, hört die Party auf. Nee, die sind da. Da hinten. Bei der Fishery. Bei der Fishery. Lass uns doch mal da gucken gehen. You're good for. Da. Da guckst du dich mit E um. Na ja. Ich vorschlage, wir gehen über die Brücke. Anstatt durchs Wäscherchen. Wäscherchen. Jetzt ein leckeres Wäscherchen. Geil. Komme. Wie. Ich bin der Vorläufer. Ist doch vorläufig so. Ich bin für die Entfernung nicht geeignet. Ich habe zwar einen Specter mit Flechette. Damit kann ich ein bisschen nervig sein. Aber das wars. Hä, die bluten zumindest ein bisschen. Die machen gerade den Boss an. Die müssten wir da. Oh, hier unten. Na ja. Wir müssten eigentlich die Party sprengen. Eigentlich müssen wir da rein. Das ist auch wegen Fallen hier das hier irgendwas. Oh Gott. Es wurde was geschossen. Woraus? Ein Pfeil. Ja. Toll. Der könnte es auch noch an den Pfeilen. Und dort. Ja, ich habe gerade mein Ohr davon Dingsen sehen. Alter, die Dinger tun weh. Das ist richtig ungeil. Ich bin raus. Ich guck, dass ich die umgehe. Ich guck, dass ich die umgehe. Ist mal ganz dringend hier weg. Was? Wo ist? Wo ungefähr? Ja, 105. Geh mal bitte den Zombie kurz. Danke. Wir haben eine Hive gepullt. Denk ich. Ist jemand da? Einer ist tot. Aufpassen, da wo die Eins. Also wer ist Eins? Wer ist Zwei? Ja, danke. Eins. Ähm, da in der Nähe bei dir. Ist eine mit dem Pfeil gewesen. Ja, ich guck gerade ob ich die sehe. War genau hinter dem Zaun dahinten. An der Tür. Weißt du wie viele? Zweite. Dritte. Jetzt rein, hä? Ich glaube, da versuchen noch andere rein. Ah. Enten im Wasser. Geh an. Geh an. Geh an. Oh Gott. Geh an. Das wird er gut aktivieren. Haken. Hatt. Hatt ihn. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab aber jemanden gehört da. Er war vor uns. Ja, ich hab da auch jemanden gehört, aber ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Ja. Ich hab den nicht gesehen. Ja. Ja. Da gibt's glaube ich auch nochmal Punkte für. Man muss aber nur einer immer pro Dings. Alter, da gibt's fünf. Und fünf. Leute, hier ist noch einer unterwegs. Ja, ja. Ja. Wird der gelöscht jetzt, der, den wir hatten? Hier wurde ein, der Kenner ist abgebrannt. Einer ist verblutet. Weil da so ein Qualm ist, deswegen frage ich. Hier oben? Hier oben brennt's. Weißt du, wo der verblutet ist? Ja. Äh. Hier und zwar direkt drunter. Ah, okay. Ist der Boss down? Nee, der Boss ist hier gar nicht. Nein. Hab gesagt, die machen die ganze Zeit den Boss. Aber hier ist doch niemand mehr, sonst wär der Hinweis laut. Bin's bei dir in der Nähe, wenn, bei dir in der Nähe, ja. Weißt du, wo der gestorben ist? Hast den gelootet? Der ist hier unten drunter. In der etwas tiefer. Hier ist einer. Hast du, kriegst du den gelootet irgendwie? Ja. Hab ich. Haben dir das eigentlich geändert, dass, äh, wenn du jemanden über Verbluten oder sowas killst, dass der dir angerechnet wird? Hier ist noch einer. Kriegst du den gelootet? Nö. Also ich krieg den gelootet, ja. Hier ist auch noch jemand. Den hab ich grad gelootet. Nee, den... Ah! Was war das? Äh, hier hat jemand irgendwas hingeschmissen. Das war nicht ich. Sag doch, hier ist noch jemand unterwegs. Kam von, äh, Richtung 150. Und echt laut. Wen weiß es momentan noch leise. Ja, der ist auch direkt in der Umgebung, aber der hat was hingeworfen, ja. Hier drüben, bei mir. Scheiße. Muss ich gucken, wenn ich ein Gesicht bekomm. Ja, ja, auf 75. Direkt hier drin. Da. Ja, okay. Der guckt in meine Richtung. Da an dem Fenster sieht man den. Ich schmeiß ne Stange Dühner rein. Der ist unten, der ist. Der ist hinten raus. Ja. Der ist hinten rausgerannt. Wo? Nach hinten hinweg ist der ran, auf 105. Und dann ausgessen. Ja, das ist nicht. Mhh. Der hört seine Kollegen an. Mach das. Ja, äh, gucken wir ein bisschen mit. Dass der uns hier komplett wieder umgeht. Vielen Dank. Fucken, wo seid ihr? Bei mir ist eine. Hab eine. Keine neue geben. Ich schmeiß dir... Ach, du bist da unten. Soll ich dir eine runterschmeißen? Na, funktioniert nicht. Ich bin im Wasser gestorben. Der hat Glück. Dann, Blacky, heute ist nie Donnerstag. Das ist richtig. Das ist richtig. Blacky, wie geht's dir? Ich will, dass du da bist. Ich weiß nicht, was er ist. Moon ist unter Beschuss. Ich glaube, ich hab ihn gefunden. Ja, du weißt nicht, wo ich bin, ne? Ihr seid nicht da, heute ist nicht Donnerstag. Das ist richtig. Nein, die guck's auch niemandem zu. Ich bin da. Psst. Warte, wo? Direkt vor mir. Der sucht mich. Komm zu dir. Ja, ich bin auch um welcher FPS-Anbrüche. Was schreibe ich hier? Die Frage stelle ich mir auch. Sorry. Was ist denn hin jetzt? Das ist wahrscheinlich Ruin. Nur vom Motor. Keine Ahnung. Meint ihr nicht, dass er uns vielleicht auch umläuft? Nee, der war direkt vor mir eben. Ja, der kann sich trotzdem wegbewegen. Weil die Kollegen jetzt vielleicht gerade brennen. Faktisch ein Rückzug nochmal, oder? Vielleicht sollte einer gleich vor mir zurückgehen. Habt ihr da Ding da vorne mitgekommen? Hab ich ja. Das ist gerade wieder einer, oder? Keine Ahnung. Da habt ihr keine Informationen irgendwo. Ihr seht nix, ne? Nee, der war eben halt noch vor mir. Nee, ich war jetzt hier zurück wieder. Hinweis ist nicht laut. Wir haben den Hinweis gar nicht aufgenommen. Ja, ja, den hab ich extra nicht aufgenommen. Damit man hört, wenn der da... 345. War das an der Sparks, oder nicht? Nee, dafür schießt er zu schnell. Henry würde ich vermuten. War auch relativ weit weg. Pappen. Da drinnen. Geht der drinnen. Inge Bischot. Jo. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Hilfe. Ja, ich seh den. Das ist der. Der liegt nicht! Einmal. Zweimal. Die blutet. Achtung, ich werfe. Oh Gott. Ja, ich hab mich so weit geworfen, leider. Wo bist du, Kollege? Vor mir. Hab ihn. Ach Gott. Einmal gelootet. Sehr schön. Gut, hat gespielt Hans. Heute ist Donnerstag. Ja, das stimmt. Es muss Donnerstag sein. Gute Arbeit. Das war unsere Revanche für letzte Runde. Das stimmt. Schön gemacht. Ach ja, und frage bloß nicht die zwölf Sektens. Jetzt bräuchte ich mal Spezial, Muni. Zwölf, zwölf was? Ich hab keine Ahnung. Zwölf Fails? Oh, warte mal. Ich schwirr, hinten ist ja die Kutsche. Hier ist Heilung. Äh, wir boykotten nicht. Aber respekt für ihren Versuch. Also, das hätte auch ganz anders gehen können. Ja. Dann kannst du von mir haben. Ja. Lutz, brauchst du auch eine? Wo bist du? Komm mal. Brauchst du eine Anti-Gift-Spritze? Theoretisch nicht, also. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal eine gebraucht hätte. Okay, wenn ich will. Ah, Prison ist der. Dankeschön. Ja. Dann lasst uns nach Prison, Prison. Ich mag Pflicht. Aber es ist krass, dass man 50, äh, 5 Punkte bekommt. Nachschub. Für einen Hunter. Na, dann wüsst du, wie der schon nach einer Stunde 500 Punkte zusammengekriegt hat. Ja, gut. Aber ich muss sagen, ich find das auch gut, wenn man halt, dass es so viele Punkte gibt, weil man möchte ja auch noch gern den zweiten Stammbaum da, ähm, heilspielen. Hm. Das stimmt. Ja, das stimmt, Lecky. Mel hat unser Arsch gerüttet. Ja, aber weißt du, der schmeißt da da in meine Richtung erstmal das Feuer. Oder keine Ahnung, was er denn schmeißt. Was hat uns den Arsch gerettet? Nun? Ja. Es ist weiß. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Zimmerhaufen liegen zum einen sammeln. Scrappy, komm her. Ja. Heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Na, das ist nicht Scrappy. Okay. So, Nahkampfwaffe brauch ich. Bei Scrappy willst du dir das machen? Ach stimmt, da war ja was. Hm. Da. Au. Ah. Schießt da. Und schüttet die. Wee. Nicht nur, nicht hier nicht nur Schaufel rum. Oh, und du stehst unter Türen. Oh, es ist jetzt hier nicht nur Schaufel rum. Nein. Ich bin nicht nur Schaufel rum. Nein. Oh, ich bin nicht nur Schaufel rum. Ich bin nicht nur Schaufel rum. Hä? Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja. 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 Dass man solche Dinge auch immer mit der, immer erst mit der Schrottwinde beenden muss. Also meine zweite Impfung lief gut, Blacky. Ich hatte auch nicht, also ich war ein bisschen müde, so. So kaputt einfach. Ja. Aber sonst war alles gut. Hier ist Heilung. So. Ähm, da du ja gerade hier zuschaust, ich weiß nicht, wie du den Sound anhast, ist das, äh, ist der Spielsound zu laut? Ich hab den schon ein bisschen leiser gemacht. Weil immer variiert das so ein bisschen. Nicht, dass ihr... Aua. Ähm. So angeschrien wird von meinem Sound. Ich hab das schon gelootet. Okay, hier liegt nichts mehr Interessantes. So anders hat er sich nicht mehr geschüttelt, ne? Wer ruddelt sich und schüttelt sich? Na doch, hier. Sie haben irgendwo fallen rum? Ja, hier. Kannst du gar nicht nur eine hinlegen? Aber ich hab noch eine Stacheldrahtfalle, zwei Stück. Okay, kannst du auch machen. Da pack ich dir mal hier eine. Äh, ne. Wo soll ich die denn... Wo soll ich denn die Stacheldrahtfallen auf... hinpacken? Kannst du auch noch hinpacken. Okay, und wo ist die Zeug? Soll ich die zweite hin tun? Im Gegensatz zu Gotax ist es bei dir richtig leise. Weißt du, ich bin zu leise. Achso, okay. Ich krieg halt immer sehr stark aus. Dann mach ich das ein bisschen lauter noch. Ähm, wo soll ich denn die zweite Stacheldrahtfalle hin tun? Weil, wenn ich sie ja immer irgendwo hin tue, dann ist es ihnen ja nicht genehm. Wieso möchtest? Ja, genau. Und dann seh ich, wie du meine Falle irgendwo hin trägst. Was? Das soll ich nie tun. Deswegen frag ich einfach schon. Weil ich mach mir echt die Mühe. Sorry. Du weißt doch, bei uns ist Mühe vergebens. Ja, das merk ich schon. Kann es sein, dass 50 Punkte pro Runde Maximum sind, was man fahren kann? Warum? Glaube ich nicht. Weil wir bei 48 vor uns waren und erst bei 50 sind. Hier drin ist noch einmal Munition. Ich guck mal, ob ich das frei kriege. Ja, ich geh einfach rein. Oder so. Wie kommt man denn da oben rauf? Der Plattenspieler ist da oben. Wie witzig. Der Plattenspieler. Das schwimmt da geht. Der Zaun ist ja geil. Wir spielen heute nicht. Ah, der Zaun ist ja schon wichtig. Das ist ja schon wichtig. Ich habe hier. Es gibt bei YouTube Felt Ärger. Es gibt bei YouTube zum Ärger. Das ist doch so... Aber die Leute eben vorhin. Ich sehe nicht jemanden. Lassen die mich einfach alleine zurück. Ich stehe noch, ich bin hinter dir. Lass eine Pfanne, du musst aufpassen. Weißt du was? Du kannst nicht mal. Ich habe dir nicht hingekriegt, du hast du dahin gemacht. Nein, du kannst nicht einfach. Ich warme dich froh, Gotax. Was denn? Du weißt schon, dass du alles wieder zurück bekommst. Was hast du denn hingepackt? Ich fand das nicht. Das ist wie, als wenn du irgendwas machen würdest und ich würde sagen so, ha ha, guck mal da. Fass ja, ich habe da mal eine Pfanne, du musst aufpassen. Allgemein, das ist bei dir leise. Die Kerle sind auch schlecht zu hören bei dir. Echt? Bei mir sind die immer so auf meinem Ohr laut. Na gut, dann mache ich euch das nochmal lauter hier. Ich rede auch im Allgemeinen sehr leise. Alter. Warte. Ich mache das. Ich mache das sofort, wenn wir aus der Runde draußen sind. Jetzt ist das halt ein bisschen blöd. Aber danke dir, Blacken. Thank you for travel English, deutsche Bahn. Das stinkt. Das ist auch nie einheitlich bleiben kann, ne? Im OBS. Bei mir bleibt sein Glück. Bei mir hat sich das noch keiner beschwert. Es traut sich halt keiner. Ja. Richtig. Wird sofort gebannt. Ja. Und sie so, bleiben sitzen? Okay. Ich habe ja den... Ich habe ja das Bounty und ich benutze erstmal schön eh, weil ich nach Punkten gucken wollte. Ja. Das habe ich auch draußen sind. Nie geduld. Du hast die ganze Party hinter dir. Echt? Ich sehe nichts. Haben die einfach alle weggemacht, den ganzen Server gecleert. Keine Punkte höher. habe ich recht mit dass sie bei 50 kämpfen oder heute machen wir gar nichts blick wir warten auf morgen auf hand ja eigentlich sind wir auch gar nicht hier das ist eigentlich so eine tata morgana dann ist gut ich wollte nur gucken So, gleich muss ich mal gucken, ob Blutungs-Kills einem angerechnet werden. Also, was haben wir jetzt gemacht? Äh, Fortschritt. Oha! Leute! Was? Ich hab euch wirklich den Arsch gerettet. Wir haben drei Kills insgesamt und zwei Tötungen hab ich. Ich hab einen. Siehste, dann wird der Blutungsschaden doch nie angerechnet. Weil Anna ist durch Blutung verreckt. Nee, der ist nicht durch Blutung verreckt, weil ich den gekillt hatte. Der unter der Brücke? Ja, ja, da hab ich noch einmal drauf geschont, dann ist der jetzt umgefallen. Koppel. Deswegen hatte ich ja den Kill. Sorry. Sorry, aber dafür hast du den erstes bekommen. War's gut. Habt sehr viel Spaß gemacht. Falls es euch genauso gefallen haben sollte, dann lasst gerne da. Schaut bei Moon, wobei alles in der Beschreibung verlinkt. Und... Ach, wisst ihr was? Weil Event ist und so, ich häng noch ein bisschen mal dran. Deswegen auch nur, wenn ihr jetzt liked und dran bleibt. Bis zum nächsten Mal, sonst so an Showdown. Tschüss. Tschüss. Man kann jetzt nachladen. Ja, man kann auch nachladen. Ach so. Ich intergraf meinen Like für die ganzen Videos. Siehst du? Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Hans Showdown. Mit dabei ist diesmal noch hier Ragoon und Moon. Hallo. Hallo. Und Shit ist noch dabei. Und? Genau. Dankeschön fürs Liken und fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Nein. Von den Videos. Danke Botox. Ja, bei YouTube ist das immer so ganz komisch wie YouTube. Der Algorithmus möchte am liebsten immer am besten alles haben. Ein Like. Ein Kommentar. Und am besten wenn das Video auch bis zum Ende halt geguckt wird. Immer irgendwie. Weil, naja, desto mehr Watchtime und desto mehr wird es halt vorgeschlagen bei anderen. Und keine Ahnung. Also, aber da achte ich halt nicht drauf. Deswegen sollten die Videos auch nicht irgendwie zu lang sein. Aber. Mein Gott. Da geht es schon mal in einer Folge. Die geht eine Stunde. Ist mir auch egal. Da zählt echt alles mit rein. Ja. Da kommt auch glaube ich auch darauf an. Wie die Thumbnails sind. Und wie es geschrieben wurde. Und keine Ahnung. Welche Begriffe. Äh. Aber halt Watchtime ist halt immer das wichtigste. So gesehen eigentlich bei YouTube. Damit es weiter vorgeschlagen wird. Und. Weil der Algorithmus sieht sich. Oh, das Video geht so und so lang. Und so und so für Minuten wird von dem Video geguckt. Am besten alles. Und dann sagen die. Oh cool. Dann ist das bestimmt für andere auch interessant. Achso. Deswegen ist es gar nicht so sinnvoll eigentlich lange Videos hochzuladen. Meistens. 10 Minuten. Weil länger werden die Videos im Normalfall dann auch nicht geguckt. Und dann abgebrochen. Ja gut. Das kannst du. Das kannst du bei Hand ja voll vergessen. Ja. Außer du machst halt irgendwie von versichtlich nur das Beste aus einer Runde. Wenn dann oder so. Oder. Keine Ahnung. Schneid zwischendurch einfach was draußen. Da hab ich halt keinen Bock drauf. Ja. Die müssen leider komplett durchlaufen. Für den Algorithmus. Ja mein Gott. Wie gesagt. Da ist keine Werbung drauf geschaltet. Ist mir egal. Das ist ein Hobby von mir. Und deswegen. Entweder guckt er es. Wenn nicht dann guckt er es nicht. Ich lass trotzdem hoch. Also ja. Danke auf jeden Fall. Dass er eingeschaltet und guckt und liked und keine Ahnung. Aber. Wie gesagt. Ich achte dann nicht auf den Algorithmus. so. Hier ehrlich gesagt auch nicht viel gefühl rein ne. Ja. Ja. Das war noch keiner. Oh Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte auch grad den so eine reinhauen. Achso. Ich will die anderen Leute nicht kränken dafür. Gepeinigt und geknechtelt. Gepeinigt und geknechtelt. Ja. Ja. Darauf steht Kotax. Kotax. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Kotax. Knedelbild und gefesselt. Das würde ich sogar mal unterschreiben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Danke. Ganz klar Botox. Dankeschön. Ne. Schau mal hier. Nimm dir bekannt vor. Was? Ja. Achso. Dann gehen wir einfach nach oben. Ja YouTube erklärt es ja auch nicht so wirklich mit wie der Algorithmus funktioniert und so. Da kriegst du ja auch nur hier und da mal irgendwie mit. Nö. Ich hab ja auch immer gedacht weil einige Videos kenn ich ja halt einfach dann. Ja. Und ich hab dann einfach geliked weil ich weiß halt ne. Ich war halt dabei. Ist halt cool. Like ich halt. Aber. Das ist halt im Endeffekt. Nicht immer gut so. Das ist halt. Also vom Algorithmus her ist es nicht gut einfach nur Video anzumachen. Liken und wieder auszumachen. Weil dann. sieht der Algorithmus. Oh. Interessiert. Interessiert die Person nicht. Dann. Ist weniger. Ja deswegen gibt man auch ein Like ne. Ja. Wie ist denn das dann eigentlich wenn das sage ich mal keiner in doppelter Geschwindigkeit guckt. Das ist egal glaube ich. Ich glaube das ist egal. Das ist egal. Hauptsache das läuft durch. Also Hauptsache du guckst es halt lange so gesehen. Ob es durchläuft ist auch noch egal. Aber es kommt wirklich drauf an wie lange du so ein Video halt guckst. Wie lange dran bleibst. Bei den meisten Videos ratter ich einfach mit ein doppelter Geschwindigkeit runter. Ich finde das so schrecklich. Das macht Marcel auch ey. Also. Man hat ja auch nicht so viel Zeit im Leben. Es ist ja so. Wir gucken da manchmal so. Äh. Videos so PC mäßig. Und. Äh. Ich interessiere mich ja auch. Und. Also nicht. Ich finde es halt spannend. Weil. Jetzt. Merke ich halt erst was alles so möglich ist. So. Es ist halt cool. Und. Ich guck da schon gar nicht mehr mit. Weil. Es nervt mich. Wenn ich die Hälfte davon eh nicht verstehe. Und. Dann müsste. Mir. Müsste er mir das ganze Video noch bei erklären. Da hab ich auch kein Bock drauf. Okay. Ja mir reichen die Informationen die ich dann mitbekomme. Deswegen. Ich habe ja extra Addon installiert. Auf Youtube kannst ja meistens nur auf zweifach hochstellen. Aber manchmal zweifach noch ein bisschen zu langsam. Und dann haben wir extra Addon drauf gemacht. Da kannst du. Ich glaube die auf zehnfach stellen. Oder irgendwann. Ab vierfach oder so. Hört leider der Sound aber auf. Weil dann der Sound nicht mehr weiter geht. Oh Milch. Ja toll. Was willst du dann dann auch irgendwie mitkriegen. Ne. Hör ich ja auch nicht. Aber ich meistens so. 1 1,5 bis zweifach. Je nachdem. Ja ja klar. Oh. Alter. Bei uns. Eieiei. Boah. Na. Ich krieg's wieder ab. Ne. Ich krieg's ab. Ne. Ich hab auch gerade was abgekriegt. Abbiegen hier verschossen. Komm her. Ich kann mir doch nur eine Person zugucken. Warum? Komm. Dammt dich. Oh. Artikel. Schön. Abbiegen. Oh sehr gut. Da kommt's noch. Ah. Da ist noch irgendjemand mit fein und Bogen irgendwie hier mit der Armbrust. Silencer. Silencer Winfield. Oder so. Ich kann nicht laufen. Ja. Okay. Okay der hat klar, der ist direkt auf mich drauf geworfen, cool. Ich bin blind, ich kann nix machen. Mein Spiel ruckelt gerade, ich hab zwei FPS. Warte, er ist noch nicht da. Ich kann nur nix machen. Jetzt gehst du da. Jetzt kommt er erst. Oh, hinter dir ist auch noch was rumgeflogen. Ist das laut, wenn man dich holt? Per Nekro? Hab ich keinen Nekro? Ja, hast du. Problem. Problem. Brenne nicht alles gut. Oh, ich brenne. Ich brenne nicht alles gut. Oh. Ich gucke jetzt nicht über die Klippe. Lass uns irgendwo hin. Lauf mir noch. Ich hab kein Anti-Gift drin. Ich seh einen. Da. Ich hab den aber auch erwischt eigentlich. Ja. Ist ja auch tot umgefallen, weißt du das? Ich hab's nicht gehört. Nee. Da läuft er noch. Jo. Ist klar. Danke. Ich hab ihn angehitzelt, jetzt ist er da irgendwo. Beim Haus. Ah, der hätte noch bluten müssen. Er ist am Haus dran drauf. Ja, unterm Haus ist der. Unterm Haus. Am Zaun sind beide. Ey, ich hab den auch noch getroffen. Ja, der scheint dir irgendwie nicht zu jucken. Ja, der scheint dir irgendwie nicht zu jucken. Da. Wer die nur. Ja, ich hab grad gesehen. Da war gerade, ne? Ich bin im Berg hoch. Ich bin über dem Moon rum. Einer. Ja. Ja, Mann. Ah, der hat nur für's. Oh nein. Der hat nur so wenig Leben. Ach. Ach. Oh. Irgendeiner ist bei mir. Der hilft gerade weg. Vergiftet. Nein, bei mir ist noch einer vor. Mir ist noch einer auf 150. Komm. Hab ihn einmal getroffen. Hast du ihn? Ja. Okay. Oh, hier gibts noch mehr. Gibst du ihn auch? Ja. Jo, danke. Ich lese gleich an. Entschuldigung. Ich kann grad nicht. Komm grad leider nicht dazu. Alles gut. Also. Ich glaube das verstehen die. Ja genau. Deswegen würde ich nur ganz kurz immer sagen. Gott. Mich haut jetzt einfach nur jeder Pups um. In diesem Grundung hat noch einer hier oben. Was was mit dem Bounty? Bounty ist auch schon geholt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ähm. Ist das fein umbogen? Ihr Armbrust? Keine Ahnung. Weiß du nicht. Ich wär immer so gezogen. Naja. Ja, ich auch. Das ist schlecht. Ich weiß aber auch nicht von wo. Sehr komisch. Ja klar. Wie viel Meter? Ich weiß. Aber noch irgendwie aus der Richtung von dem Zaun mit den Hütten irgendwo. Okay. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ja, Rettner hinten weg. Ich fuhr dich. Nein. Ich fresse. Jetzt krieg ich. Ach so. Oh ne. Gesilenced the Sparks. Scheiße. Wirklich? Das scheiß Sparks? Mhm. Also ich glaube, wenn ich noch einmal tut, Ungefutter, dann war es das. Ja. Dann müssen wir dann Bounty bekommen. Aber du hast doch Nekro. Wir brauchen Bounty. Ja. Hab ich von auch gehört? Alter. Das krieg ich hier nicht. Das ist die ganze Scheiße. Ich gucke, ob ich ein Bounty bekomme. Oh, ihr macht doch schon. Scheiße. Der hat den gerade aufgeholt. Der denn? Kann aber nicht noch unterm Haus einer sein, oder? Nee. Hab keine Ahnung. Also ich seh das wegen dem Zaun nicht. Sind zwei Daumen über. Alter, irgendetwas hat den Zaun gegen den Zaun geschossen. Ja, kann halt einfach überall hier sein. Lass uns zum Wasser rennen. Ja, klar. Jetzt kommt das wieder in meine Richtung. Hallo. Geht weg. Geht weg. Ja. 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 Die rennen gerade raus. Die rennen. Die rennen. Sind vor mir irgendwo. Komm, wir laufen die. Mhm. Der steht da am Baum vor dir. Mhm. Hat den Hit. Ja. Wo sind die? Die rennen zum Ausgang. Ja. Die rennen zum Ausgang. Ja. Links nimm das einer. Ach so. Weil die einen auch sofort immer treffen. Ah, scheiße. sprichst du dir jetzt noch weg mit dem dynamit so Naja, zwei hatten wir. Einen kill und einen unterstützt hab ich. Toll. Ja, machen die jetzt neuerdings eigentlich immer so coole Moos hier oder so Möchtegen cool? Ja klar, so cool wie diese Folge.